In der Türkei werden Twitter, Facebook und andere soziale Medien künftig schärfer kontrolliert. Das Parlament des Landes verabschiedete ein stark umstrittenes Gesetz. Es verpflichtet unter anderem Plattformen mit mehr als einer Million Nutzern täglich dazu, Niederlassungen in der Türkei mit einem türkischen Staatsbürger als Vertreter zu eröffnen. Oliver Mayer-Rüth in Istanbul, bedeutet dieses Gesetz ja das Ende der freien Meinungsäußerungen im Internet in der Türkei? Das muss man jetzt erstmal beobachten. Dieses Gesetz soll ja konkret erst am 1.10. in Kraft treten. Man will diesen Unternehmen noch etwas Zeit geben, damit sie eben diesen Repräsentanten, wie es verlangt wird, dann auch benennen können. Der soll ja unter Umständen dann haftbar gemacht werden. Aber man redet schon davon, dass die Meinungsäußerung nochmal deutlich eingeschränkt wird. Mustafa Yenaroglu, ein aus Deutschland stammender Abgeordneter im türkischen Parlament, der eine Zeit lang ein glühender Erdogan-Verfechter war, sich aber abgekehrt hat von ihm. Der sagt, das Ziel dieses Gesetzes ist eine effektivere Zensur. Dazu kommt, dass eben Nutzerdateien in Zukunft im Land gespeichert werden sollen. Und der Grund dafür ist wohl, dass man eben die Nutzer unter Umständen schnell ausfindig machen will, auch deren Wohnort, um sie dann eben unter Umständen auch festzunehmen. Twitter und Facebook habe ich schon erwähnt. Welche weiteren Anbieter könnte das neue Gesetz betreffen? Ja, es betrifft eben Plattformen, die am Tag mehr als eine Million Klicks verzeichnen. Und dazu gehört eben die von Ihnen gerade schon genannten Facebook, Twitter, aber eben auch Instagram unter Umständen. Also all diese stark genutzten Plattformen, diese sozialen Medien, in denen sich eben auch hier in der Türkei vor allem jüngere Menschen sehr stark austauschen. Woher kommt denn eigentlich Erdogans Abneigung gegen diese sozialen Medien? Man muss sich einfach mal die sonstige Medienlandschaft ansehen. 90 Prozent der herkömmlichen türkischen Medien sind regierungsnah, sind mehr oder weniger kontrolliert von der Regierung. Es bleiben ein paar kleine Fernsehsender und Zeitungen, die aber kaum gesehen und kaum gelesen werden. Und dann gibt es eben diesen Bereich der sozialen Medien und den konnte Erdogan bisher nicht kontrollieren. Und da will er offenbar Einfluss nehmen. Und da kommt eben noch dazu, dass eben sehr viele junge Menschen gerade diese sozialen Medien nutzen. Und die dürften bei der nächsten Wahl auch ausschlaggebend sein. Und vielleicht will er da auch einfach mehr Einfluss nehmen. Also das ist der Grund. Und ein weiterer Grund ist, vor ein paar Wochen hat er sich fürchterlich aufgeregt, weil seine Tochter ein Kind bekommen hat. Der Vater ist der Finanzminister Albeirak. Und das ist schon fast nachvollziehbar, dass er sich da so aufgeregt hat, weil da gab es dann üble Beleidigungen im Internet. Und da hat er dann gesagt, wir werden die sozialen Medien stärker kontrollieren. Und dieser Gesetzgebungsprozess wurde danach auch forciert. Also durchaus auch persönliche Motive. Was genau will Erdogan den Plattformen denn jetzt vorschreiben? Also zum einen wird es eben oder soll es in Zukunft diesen Repräsentanten geben. Einen Vertreter hier im Land, den man eben haftbar machen kann, an den man sich wenden kann, wenn es irgendetwas gibt im Netz, was dem Gesetzgeber eben nicht passt. Das ist das eine. Und das andere sind eben, dass die Nutzerdaten eben hier gespeichert werden sollen. Und da haben viele Internetnutzer, Nutzer von sozialen Medien und viele Journalisten eben auch große Sorge, dass das eben dann eine Konsequenz sein könnte, dass dann der Gesetzgeber recht schnell herausfinden kann, um wen es sich handelt und dann eben auch repressive Maßnahmen ergreifen kann. Jetzt will die Opposition ja gegen das Gesetz vor Gericht vorgehen. Aber wie unabhängig sind die Gerichte in der Türkei? Also bestehen da ernsthafte Chancen, dass das Gesetz gekippt wird? Internationale Beobachter, auch Beobachter aus der EU, aber auch hier im Land. Viele Juristen, die kritisieren das ja schon seit Jahren, dass es eigentlich keine unabhängige Justiz hier in der Türkei mehr geben soll. Und deswegen ist dieser Gang vor die entsprechenden höheren Gerichte vielleicht ein symbolischer Akt, aber tatsächlich etwas bewirken wird das wohl nicht. Vielen Dank, Oliver Mayer-Rüth für diese Einschätzung. Danke nach Istanbul.